Musik Howdy Folks aus dem sonnigen Texas und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Great Musical Artists of the Past. Mein Name ist Florian Stolmeier und unser Thema heute ist das bekannte Lied La Paloma oder die Taube. Mit über 1000 verschiedenen Interpretationen ist La Paloma eines der meist aufgenommenen Songs aller Zeiten. La Paloma wurde von Sebastian de Iradir während seines Aufenthalts in Kuba und den karibischen Inseln im Jahre 1861 komponiert. Sebastian de Iradir wurde am 20. Januar 1809 in der Baskenregion im Norden Spaniens geboren und starb am 6. Dezember 1865 in Vitoria, ebenfalls in der Baskenregion im Norden Spaniens. Die Iradir hat neben La Paloma auch die Habanera El Arigrito komponiert, die Bisset als Vorlage für die Oper Carmen verwendet hat. La Paloma wurde extrem populär in den 1860ern in Mexiko. Dort wurde es zur Lieblingsmelodie von Kaiser Maximilian von Mexiko, der ein Bruder von Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn gewesen ist. Es gibt über 1000 verschiedene Interpretationen von La Paloma. Die Ursprungszahlen von Sebastian de Iradir handeln vom Abschied zu einer Geliebten in Havanna, Kuba. Im Jahre 1880 schrieb der Mainzer Orchesterleiter Heinrich Rupp einen Seemannstext zu der Melodie von Sebastian de Iradir und machte so einen Si-Senti aus La Paloma. Der Tenor Josef Schmidt hat zwei sehr schöne Aufnahmen von La Paloma gemacht. Eine davon in italienische und die zweite in deutscher Sprache. Erich Friedrichs von Anh Mälen Leben. Amen. Amen. Eine sehr schöne Aufnahme stammt von Freddy Gwynn, der in den 1950ern und 60ern der erfolgreichste Schlagersäng Europas gewesen ist. Er singt La Paloma zweisprachig, einmal in Deutsch und zweitens in Spanisch. La Paloma widerspiegelt eine globale Sehnsucht der Menschen nach Liebe, der Ferne oder auf der Suche nach dem wahren Sinn des Lebens. Manchmal müssen wir unser gewohntes Umfeld verlassen und um ans Ziel unserer Träume zu kommen, all das reflektiert sich in La Paloma. So long folks, auf Wiedersehen. Wenn euch mein Beitrag gefallen haben sollte, würde es mich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen würdet oder unseren YouTube-Kanal abonnieren würdet. Bis zum nächsten Mal. Euer Florian Stollmeier Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020